Na ihr Hundis, ihr seid ja auch schon wach. Was sind sie für Böller? Warum schlafen sie da mit Müllsäcken im Böller? Ja, guten Morgen! Oh, 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 oh! Wenn er müde ist, hat er nämlich schlechte Laune. Es ist Sonntag! Perkel. Dann gibt's ein größeres Schweinchen. Das ist ein guter Kontinent. Der rasende Reporter. Hey! Zu dich, zu dich! Vorsicht, Karriere! Hey! Oh, oh! Meine Röder sind immer so laut, Alter! Wow! Ah, ich hab jetzt Slow Mo an! Wow! 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 Wooooay! Erstt! Nee, nein, nein! Nee, nein, nein! Nee, nein! Nein, nein! Das ist nicht so laut, Alter.